Oh, wie süß. Das musst du aufhalten. Die Ohren, Alter. Die Ohren. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum einzig waren, unnormal belohnenden Video mit Maxim. Denn jetzt wird er mir Yasu beibringen. Und ich werde ihn dabei auspeitschen. Jeder Fehler ist sexuell übertragbar. Yasu ist ja eine Krankheit. Ja, was soll das jetzt? Aber du selber hast ihn noch nie gezuckt, richtig? Ich hab ihn auf der Gamescom, im 1-Ring-1, so Adam. Das ist das Einzige, wo ich ihn wirklich berührt habe, weil danach habe ich schon drei Tage Therapie gemacht, damit ich mich wieder von diesem ekelhaften Schimmel befreien kann. Aber ich weiß, wie er funktioniert. Ich weiß sehr gut, wie er funktioniert. Ich durfte schon sehr viel gegen ihn spielen. LCS! Au, Alter! Der Plan ist also, jedes Mal, wenn ich Scheiße baue, krieg ich einen kleinen Slap. Ja, aber nicht auf die Haut. Außer auf die Finger. Wo haben wir noch die Finger? Ja gut, das war jetzt lasch. Das war jetzt lasch. Ich sehe immer noch Kroketterskalos, Alter. Ja, Anna. Ja, Kroketterskalos. Und die Gruppe! Q-Time. Was hat deine Antwort dazu zu sagen? Ohne mal belohnen, Alter. Oh nein! Okay, gut. Wir wollen, Mitte, sind wir schon mal da? Das ist schon mal gut. Wir kriegen schon mal, yes! Wir kriegen den jetzt ja gar nicht. Oh, der wird gebannt, ne? Was machen wir da? Oh! Okay. Pray for your soup. Ah, nein! Scheiße! Das war jetzt. Das war jetzt. Hahaha. DICKS! Oh my god. It's time for some Hip Hop, bitches. Hey, guys. Been Philton. Quit playing games with my heart. My heart. My heart. My heart. I shouldn't know from the fight match. Stop. I wanted to know the himh-ha. I wasn't forever. I don't think we're the best to know. Oh, baby, baby! I wanted to know. So strong! So, lass mal jetzt hier eine schnelle Rundenseite machen, Boy. Was macht man denn für Runden? Conqueror. Conqueror. Und dann? Eigentlich normalerweise hier, das ist in der Mitte, Triumph. Du machst es auch immer noch. Ja, ja, weil du halt... Ich nehme die Flagge. Ja, da kannst du ja Tag-Speed oder Live-Stream nehmen. Eigentlich der Tag-Speed, weil dein Q runter geht schon auf der Lane. Okay. Und dann? Guckst du dir krass? Ja, das ist krass. Weiß nur noch 7%. Und dann? Wir haben nur 40 Sekunden. Ich schaff das nie, das wenigstens. Ah. Na dann musst du Domination. Dann machst du den Dash rein. Und dann kannst du überlegen, willst du Augen sammeln? Willst du die Olds sammeln? Willst du Lifesteal? Ist auch nicht schlecht. Lifesteal ist, glaub ich, geil. Na dann musst du das Ding so mit den Zähnen nehmen. Gut. Und dann nimmst du hier eigentlich Damage. Du kannst auch Tag-Speed reinnehmen, das geht auch. Aber ich nehme meistens Damage rein. Beides? Ja. Und? Immer HP. HP ist immer das Beste. Übrigens, nur kurze Info. Wir haben jetzt Blind Pick gemacht. Ich habe ein paar Leute vom Discord eingeladen, damit es einfach schneller geht. Normalerweise gehen wir immerhin zu ranked. Ja. Aber jetzt hier heute aus zeittechnischen Gründen nicht. Ich merke, ich sehe ja aus wie so ein richtiger Yasuo-Spieler, by the way. Okay. So sehen Yasuo-Spieler aus? Ja. Okay. So sehen Yasuo-Spieler. Alter, was ist mit dem Sekt los? Mit dem Sekt gucke ich sofort den Schritt. Du rabbelst da. Oh, hier sind schon Gegner? Show me the meaning. Und Q. Ja. Jetzt wird das... Oh, scheiße. Hier kommt Musik. Ich muss ausmachen. Okay. Oder. Easy Credit. So. Oh, den tötest du. Du flächst hinterher. Ja, sehr. Ah, mach... Er hat... Er hat... Ja, ist ein Pott. Base. Ja, ist cool. Also bisher macht Spaß. So, die Minions Q-Stimmer. Lädst es auf. Und dann machst du entweder... Oder EQ. EQ ist ja quasi der Powertrick. Das heißt, du dashst ihn rein. Alter. Alter. Das ist das Wichtigste. Also Lastthin slappe ich dich auf, by the way. Ich bin sehr gut in Lastthin. Und dann machst du EQ auf ihn, wenn du Level aufsteigst. Und jetzt. Schade. Machen wir mal so. Und E durch einen Minion. Und E nochmal zu ihm. Ah, nee. Ah, nee. Ah, nee. Ah, nee. Und jetzt. Ech, 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 ech. Oh, der ist aber auch schnell. Der weiß halt, wie es läuft, Alter. Einige maxen das eh auf den Längen. Um besser zu pushen. Aber das machen wir nicht. Weh. Und jetzt. Und Q rein hier, Alter. Wo ist es aus? Alter, die letzte Sekunde. Hast du gesehen, wie spät es war? Alter, du kriegst dafür einen Streichler, denke ich? Und, 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 und. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Oh, E. Ja, genau. Und das andere Minion auch, E. Weil du bist beweglich. Und dann Q ist irgendwas. Oh, das ist zu viel. Oh, schöner Out-Attack. Ah, Entschuldigung. Kein Tourist. Wenn du Tourist ausfrisst, hast du Insta verloren. Da kommt Udia, dann spawnt Udia quasi neben dir. Okay? E, Q, genau. Und Q. So, jetzt kannst du das Wort aufstellen. Und zwar oben. Und dann kuschelst du oben. Ich hab das Minion bekommen. Ja, ja, du wolltest. Das war Intentional Farming. Intentional Farming. Intentional Farming. Ah, what? Wie hoch die Range davon ist. So, jetzt machst du E, E, Q. Hei, cha, cha! Und weg da! Ah, na, aber die, ja. Die haben nichts gemacht. Ah, das ist halt so schwierig. Oh, der hat ja das Level 6. Ja, ja, ich muss aufpassen. Ja, du hast halt die übste Waffe. Soll ich einfach die... Nee, 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 du musst bleiben. Die Wave queust du jetzt einfach mal. Oh, jetzt weg. Und Flash. Und alles. Also, nee, dann musst du überhaupt flashen. Aber, wir haben einfach... Das war dein Ding. Also, ich kann auch spielen, wenn du willst, aber... Ich hab halt schon kein Ignite, kein Flash. Wir müssen auf diese Spells legit warten. Das ist halt Midlane, Midlane. Also, er ist halt Range. Wenn der Melee wäre, dann wäre er so... Oh, du machst das echt gut. Und jetzt noch Q. Oh, ja. Oh, ja, der zappelt da noch richtig die Taufe. Oh, der Reis töttelt. Ja, die ist halt gegen... Also, echt scheiße. Also, wir hätten nicht fragen sollen, glaube ich. Wir hätten ihn echt mal fragen. Ja, frag mal. XD. Dann machen wir die Wall hinten auf die Wall. Oh, das geht. Die bleiben stehen davor, ne? Ich krieg auch Clamage. Aber der hat doch ein bisschen auch Max Range gemacht. Ne, aber der kriegt Damage. Damage geht es auf jeden Fall. Aber die sollen ja... Oh mein Gott! Oh ja, ja! Und jetzt Q. Oh mein Gott! Bester Spiel! Oh ja! Er spielt mit dir mit und jetzt... Jetzt bin ich dead. Also, das war gut von ihm. Sehr gut von Zac. Aber wir waren scheiße. Und dann haben wir hier einen Spanier drin. Que bosta per te. Yes. Yes. So, Q. Äh, die, die, die hinteren. Ja, genau. Oh, Rotation. Ah, kann doch mal nicht verpasst. Das ist aber normal oder nicht? Ja, nee, nee. Das ist normal ist scheiße. Aua! Oh, das klebt ja alles, weil das so kaputt schon ist. Aber Q, immer Q. Q immer aufgeladen. Na, das kostet keinen Mana. Das kostet einfach nur die Seele. Oh, shit. Oh, shit. Soll ich mal Roam oder was? Ja, du kannst, wenn dann Top-Lean Roam. Rom. Top-Lean Roam. Oder Top-Lean Mailand. Ja, mit der Roam. Ne, aber... Ja, Plates. The Plates. The Plates! Oh! 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 Oh, die Taube kommt. Die Taube kommt in 10... 9. Viele gehen auf Schuhe zuerst. Bei, äh... Wegen ja Tech-Speed. Wegen Tech-Speed. Wegen Move-Speed. Wegen Dash-Speed. Wegen Passive. Alles Idioten. Wir brauchen die 12% Damage Reduction. Du dashst so rein und kämpfst jetzt schon mal. Weil du musst jetzt kämpfen. Und dann gehst du zurück. Oh, das war das mit dem Q. War ne gute Idee. Und jetzt, jetzt, jetzt! Hä? Ja, das war gut. Der, der hat jetzt vielleicht... Ja, aber der hat mich halt weggetradet. Ja, natürlich tradet er weg. Du bist ja immer nur hingerannt. Aber das Ziel war ja, dass er sich in den Kampf gelegt. Und jetzt auch E. Oh, stark! Jetzt will er aber weg. Jetzt will er weg. Und E rein Q. Sehr gut! Ich hab ihn einfach nur neidet, Alar! Ich neid! Ich neidet es! Wie einfach 600 Gold aufploppen. Du warst nicht in der Nähe! Ich hab einfach nur F gedrückt, ey! Ja, war gut! Habt ihr es gesehen? Ihr müsst ihn anlocken. Und er dachte... Ah, halber B, halber Schmäh! Na, Udi, ist da unten. Du nimmst eine Plane. Ja, du hättest noch ein bisschen weitergehen können. Ah, tja, tja! Ja! Ja, das ist doch klar, dass ich es mag! Ja, das stimmt. Das war wirklich richtig. Glas, klar! Glas, klar. Kar-Glas. Oh, jetzt... Du kannst trotzdem durch die Wall-Dation. Dash, dash, dash. Dash, alles durch! Dash, dash, dash! Ah! Oh, du bist gleich dran! Eee! Nee, nicht bei ihm. Nicht auf ihm. Oh, jetzt kommt 6, 6, komm, 6. Du musst instant ulten. Ulten. Oh, ja. Oh, das tut nicht so gut. Das tut nicht so gut. Das war echt nicht so geil, Alter! Ah, ich sag, du warst aber in E-Range zu ihm, oder? Du ultest. Ja, ja. Spring doch rein jetzt! Oh, die Wall hat uns gerettet! Und jetzt geht es los, my son! Oh, nicht in den Turret! Raus eben! Ah, oh! Ah, Stock! Das letzte E-Wochen. Pump up the jam! Pump it up! Pump! Gert ihr los? Gert ihr los? Pump! Gert ihr los? Ja, ja! Ah! Ah! Oh! Ah! Ah, wir müssen auf dem Blockup-Bomben. Wie geht es, Peike des, Peike des, Peike des, Peike des, Peike des, Peike des? Oh! 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 Oh mein Gott! Oh, Florian! Oh, jetzt! Jetzt! Ah! Und da, siehe! Wow! What? Du hast jetzt halt keiner hinterher gefangen. Alles weh? Nee, alles. Okay. Nee. Ja, aber scheiße. Woah! Wir sehen uns noch mal!